Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten Live, dem Facebook-Format der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir haben heute im Deutschen Bundestag den Gesetzentwurf zur Bekämpfung des sexuellen Kindesmissbrauchs verabschiedet. Ein ganz wichtiges Gesetzgebungsvorhaben, für das wir uns sehr lange engagiert haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Dabei ist Dr. Jan-Marco Lutschak. Er ist unser rechtspolitischer Sprecher und hat maßgeblich an diesem Gesetz gearbeitet. Ich selbst bin als Fraktionsvize für die Bereiche der Innen- und Rechtspolitik verantwortlich. Marco, die ganz zentrale Frage ist natürlich, tun wir genug, um unsere Kinder zu schützen? Ja, vielen Dank, lieber Thorsten. Also in der Tat, das ist für uns als Union ein unheimlich wichtiges Thema, weil wenn man sieht, sexueller Missbrauch von Kindern, das ist wirklich eines der widerlichsten Verbrechen, was man sich wirklich vorstellen kann. Die Seele von den Opfern wird wirklich auf das Schwerste verletzt. Viele Opfer sind ihr Leben lang traumatisiert und deswegen war uns das als Union so wichtig. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren dafür gekämpft, hier zur Verbesserung gekommen. Und wir haben in den letzten Jahren auch einiges schon erreicht. Wir haben etwa gerade bei dem Phänomen von Kinderpornografie im Internet Dinge vorangebracht, die sogenannte Keuschheitsprobe, um einen Punkt herauszugreifen, eingeführt. Da geht es darum, dass etwa im Darknet, dort gibt es Foren, wo mit Kinderpornografie gehandelt wird, wo gewerblich Kinderpornografie verkauft wird. Und Zutritt zu diesen Foren zu bekommen, muss man in aller Regel kinderpornografisches Material selbst hochladen. Und das ist natürlich etwas, was für die Polizei, für die Staatsanwaltschaften nicht möglich ist. Wir wollen ja nicht dazu beitragen, Kinderpornografie zu verbreiten. Und deswegen haben wir diese Keuschheitsprobe jetzt ermöglicht, indem computergeneriertes Material genutzt werden kann. Also wir haben schon einiges gemacht in den letzten Jahren, aber dieses Gesetz, das ist wirklich in besonderer Weise hervorzuheben, weil wir beim sexuellen Missbrauch von Kindern vor allen Dingen ein ganz klares Signal senden. Diese Taten, die werden zukünftig als das bestraft, was sie wirklich sind, nämlich als Verbrechen. Und das ist für uns ganz wichtig, weil dieser hohe Unwertgehalt, die mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern einhergeht, das wollen wir deutlich machen. Eine Mindeststrafe von einem Jahr ist die Folge. Und das ist ein klares Signal, auch ein Symbol des Gesetzgebers, was wir hiermit aussenden. Es führt aber auch ganz konkret zu Rechtsfolgen. Also zum Beispiel sind Bewährungsstrafen zukünftig nicht mehr ohne weiteres möglich. Das werden die Ausnahmefälle nur noch sein. Untersuchungshaft ist zum Beispiel sehr viel leichter anzuordnen. Das gleiche gilt auch für Sicherungsverwahrung. Und deswegen ist das ein wirklich ein Meilenstein dieses Gesetzes für den besseren Schutz von Kindern. Ein Punkt, Marco, den wir im parlamentarischen Verfahren haben durchsetzen können, ist das Verbot von kindlichen Sexpuppen. Da wäre es vielleicht wichtig, noch mal darauf einzugehen, warum das so wichtig ist, dieses im Gesetzgebungspaket genauso zu verbieten. Das ist in der Tat auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir immer gesagt haben, natürlich müssen wir die Strafrahmen erhöhen, härtere Strafen, das ist wichtig. Aber am Ende geht es uns natürlich auch darum, Missbrauch zu verhindern. Und bei den Kindersexpuppen ist es so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann heute bei Amazon und an anderen Stellen im Internet solche Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild designen. Da kann man nach seinem Belieben auswählen, wie groß sollen die sein, welche Haarfarbe sollen die haben, welche Hautfarbe sollen die haben, welche Körperöffnungen sollen diese Puppen haben, wie ist das genau gestaltet. Das ist heute möglich im Internet, das ist nicht verboten. Und Pädophile nutzen solche Puppen ganz häufig, um Missbrauch an Kindern einzuüben. Damit werden Hemmschwellen gesenkt und oftmals steht am Ende dann ein realer Missbrauch. Und da haben wir gesagt, da müssen wir gegen vorgehen, als präventive Maßnahme auch. Und deswegen war es ganz, ganz wichtig, das war eine zentrale Forderung auch der Union in diesem Gesetzgebungsverfahren, dass Kindersexpuppen, der Besitz und auch vor allen Dingen das Handeltreiben mit diesen Puppen zukünftig verboten ist. Und das haben wir gegenüber unseren Koalitionspartnern dann auch so durchgesetzt. Das Gesetz hatte, als es eingebracht wurde, einen anderen Namen. Bekämpfung sexualisierter Gewalt. Jetzt sind wir bei dem geblieben, wie es früher und bisher immer hieß, nämlich sexueller Kindesmissbrauch. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum das so ein entscheidender Unterschied ist. Ja, es ist nicht nur ein Streit um Worte, wie man vermeintlicher sagen könnte, ob das sexualisierte Gewalt heißt oder sexueller Missbrauch, sondern da geht es wirklich auch um Handfenster, Substanz im juristischen Bereich. Sexualisierte Gewalt rekurriert ja darauf und zeigt darauf hin, dass Gewalt angewendet wird. Das würde man juristisch so verstehen und umgangssprachlich auch. Nun muss man dazu aber wissen, dass der Gewaltbegriff verfassungsrechtlich eng ausgelegt wird. Da sind bestimmte Verhaltensweisen notwendig, damit man es juristisch wie auch umgangssprachlich unter den Gewaltbegriff definieren kann. Und es gibt aber Formen von sexuellem Missbrauch, wo eben zum Beispiel gar kein Körperkontakt besteht, wo Täter manipulativ vorgehen, wo sie Kinder dazu bringen, etwa sexuelle Handeln an sich oder an anderen vorzunehmen, wo Täter vor Kindern masturbieren. Das sind alles Konstellationen, wo man nicht bruchfrei hätte erklären können, wieso handelt es sich dabei um Gewalt. Und das war uns ganz wichtig, dass wir in diesem so wichtigen Tatbestand, um Kinder zu schützen, dass es dort keine begrifflichen Unschärfen gibt, dass es dort nicht möglicherweise auch Strafbarkeitslücken gibt, weil eben die Normen nicht entsprechend klar auch gefasst sind. Und deswegen haben wir darauf gedrungen, dass wir bei der, du hast es richtig gesagt, Thorsten, bei der alten und bewährten in der Rechtsprechung etablierten Terminologie bleiben, beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Und so ist es jetzt im Gesetz heute vom Deutschen Bundestag auch verabschiedet worden. Ich kann vielleicht auch einige Fragen an dich richten. Ich hatte ja gerade schon gesagt, für uns geht es nicht alleine nur um die Strafen. Das ist wichtig, aber wir wollen natürlich auch versuchen, dass es möglicherweise gar nicht zu Missbrauch kommt. Und da haben wir ja in diesem Gesetz auch einige Punkte auf den Weg gebracht. Vielleicht kannst du vielleicht zwei, drei Punkte erwähnen, was wir gemacht haben, um zukünftigen Missbrauch zu verhindern. Also zum einen hilft natürlich generalpräventiv mit Sicherheit auch, dass wir diese Taten zu Verbrechen gemacht haben. Mit einer Strafandrohung von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe. Und das hat auch ganz konkrete Folgen. Beispielsweise wenn es um Verjährungsfristen geht. Beispielsweise wenn es darum geht, dass man Sicherungsverwahrung anordnen darf. Oder auch sehr viele andere strafprozessuale Instrumente für die Ermittlungsbehörden hat, die ihnen helfen, diesen Tätern tatsächlich auf die Spur zu kommen. Und im Hinblick auf die Prävention, glaube ich, ist ein Punkt auch ganz entscheidend. Nämlich die Frage, ob einschlägige Verurteilungen dann eben auch dauerhaft im erweiterten Führungszeugnis enthalten sind. Und wir haben, so kann man das etwa ganz grob zusammenfassen, diese Löschungsfristen verdoppelt. Das heißt, das was früher kurze Zeit war, sind jetzt zehn Jahre. Was früher zehn Jahre war, sind jetzt 20 Jahre. Und in bestimmten Fällen, etwa dem schweren sexuellen Kindesmissbrauch oder auch dem Missbrauch mit Todesfolge, wird es überhaupt keine Löschung im Register mehr geben. Wir wollen damit absolut sicherstellen, dass diese Täter niemals mehr ehrenamtlich oder beruflich in die Nähe von Kindern kommen können. Du hattest Thorsten vorhin erwähnt, dass mit der Hochstuchung zum Verbrechen, einhergeht, dass die strafprozessualen Möglichkeiten verbessert werden. Wir sehen ja, dass viele Taten auch im Internet standfinden. Etwa der ganze Bereich der Kinderpornografie, was früher unter der Ladentheke gehandelt wurde, kann man heute leider mit wenigen Klicks im Internet finden. Welche Möglichkeiten bietet jetzt dieses Gesetz und was müssen wir möglicherweise auch in der Zukunft noch tun, um dort wirklich effektiv vorgehen zu können? Beispielsweise die Überwachungsmöglichkeiten bei Telefonie und Internet. Beispielsweise die Online-Durchsuchung. Aber man muss ganz ehrlich sein, der allerwichtigste Punkt, den konnten wir leider noch nicht erreichen. Und das wäre eine verfassungs- und europarechtskonforme Ausgestaltung der Datenspeicherung, um sozusagen zu erreichen, dass diejenigen, die im Netz ihr Unwesen treiben, nicht schon nach kurzer Zeit ihre Spuren verwischen können. Deswegen brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung. Dafür brauchen wir Partner, die das mit uns machen. Die haben wir leider nicht gefunden. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das ist das effektivste Mittel im Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellen Kindesmissbrauch. Und deswegen bleibt es auf der Agenda. Und wir nehmen uns auch vor, illegale Handelsplattformen unter Strafe zu stellen. Und es sind insbesondere Kinderpornografie-Foren, die dort im Mittelpunkt unserer Agenda stehen. Das wollen wir unbedingt auch in dieser Legislaturperiode noch erreichen. Ja, in dieser Legislaturperiode erreichen ist ein gutes Stichwort. Du hattest erwähnt, man braucht parlamentarische Mehrheiten. Man muss Partner haben, mit denen man die Dinge dann auch umsetzen können. Wenn wir jetzt mal unseren Gedanken freien Lauf lassen würden, wenn wir das entscheiden könnten mit den Mehrheiten, die wir sozusagen aus eigener Kraft hätten. Was wäre etwas, wo du sagen würdest, wo müssen wir noch einen Schritt weiter gehen? In der Debatte haben ja zum Beispiel das Thema Missbrauchsanleitungen auch eine Rolle gespielt. Was müssen wir dann noch tun, damit wir besser noch Kinder schützen können? Also wir würden das tun, was uns die Praktiker bei der Polizei, bei den Staatsanwaltschaften sagen. Wo sie uns sagen, das sind die Punkte, die würden uns weiterhelfen. Zum Beispiel die Strafbarkeit von Missbrauchsanleitungen im Internet, die du beschrieben hast. Das kann man sich im Grunde genommen kaum vorstellen. Da tauschen sich Täter darüber aus und geben sich Tipps, wie man sich verhalten muss, um möglichst mit Alltagsgegenständen Misstrauen zu zerstören und letztlich unbeobachtet ihre Taten dort begehen zu können. Aber zum Beispiel, da vieles davon am Computer ja auch nachts stattfindet, sowohl das Hochladen wie auch das Konsumieren, würden wir beispielsweise dafür Sorge tragen, dass auch Hausdurchsuchungen nachts leichter möglich wären, als das heute der Fall ist. Das sind alles Punkte, die den Ermittlern helfen würden, nicht machtlos diesen Verbrechern gegenüber zu stehen, sondern tatsächlich effektiven Kinderschutz zu betreiben. Darum geht es im Grunde. Das ist das Ziel dieses Gesetzgebungsvorhabens. Vielleicht kann ich eine letzte Frage noch stellen. Wenn es nicht gelungen ist, Kinder vor Missbrauch zu schützen und es kommt zum Prozess, was wir alle hoffen, wo Täter dann auch verurteilt werden, sollen hart verurteilt werden können, dann hat man ja häufig in der gerichtlichen Praxis die Situation, man muss mit den kindlichen Opferzeugen ja umgehen, sie müssen befragt werden. Sind eigentlich unsere Gerichte, sind unsere Staatsanwälte gut darauf vorbereitet, oder müssen wir dort vielleicht noch Fortbildungsmaßnahmen vorschreiben, dass die sozusagen besser auch mit Kindern umgehen können? Ganz ehrlich, ich glaube, die sind schon sehr gut vorbereitet. Wenn ich an Familienrichter denke, an Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte, Prozessbeistände beispielsweise und trotzdem ist natürlich nicht so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. Und deswegen in diesem wirklich sehr, sehr schwierigen Umfeld wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass noch mehr Qualifikation möglich ist. Das sind ganz schwierige Situationen. Wie hört man betroffene Kinder und Jugendliche an beispielsweise? Wie macht man das Kind gerecht, so dass man den Kindern nicht noch mehr schadet und andererseits natürlich auch die Erkenntnisse gewinnt, die man braucht für einen solchen Prozess? Da wollen wir noch mal echtes Augenmerk drauf legen. Ich glaube, für ein Gesamtpaket ist das eine wichtige zusätzliche Maßnahme, die wir dort mit untergebracht haben. Insgesamt, Marco, kann man glaube ich wirklich sagen, ein tolles Gesetz. Wir können stolz darauf sein, weil wir einen echten Quantensprung in Sachen Kinderschutz in Deutschland erreichen. Und wenn ich mir die tragischen Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre anschaue, die kaum erträglich sind, wenn man sich damit beschäftigt, muss man sagen, das war auch dringend notwendig. Und deswegen werden wir an der Stelle auch weiterarbeiten. Das war 10 Minuten Live, das Facebook-Format der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zusammen mit Jan-Marco Lutschak, dem rechtspolitischen Sprecher unserer Fraktion. Herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.